hallöchen lieben und herzlich willkommen zu türchen nummer elf vom adventskalender von diamond painting deutschland und es werden bestimmt schon einige den fühltest gemacht haben und es sieht aus wie ein schiffchen wollen wir das machen und schauen und es sind tatsächlich in verschiedenen farben wir haben einen weiß ein pinkes und ein blaus und da sind auch so ich hoffe man erkennt dass da das sind so glitzer partikel drin die glitzern so ein bisschen wir wollen das sonst aber auch mit steinchen ausprobieren ich habe mir schon steinchen an die seite gelegt und auch das funktioniert sehr gut das ganze wollen wir natürlich auch zurück schieben tatsächlich rutschen die sehr gut auf dem schiff hier nicht gut und die öffnung ist auch echt praktisch also theoretisch ähnlich wie die normalen grünen schiffen dies zu den diamond paintings gibt aber halt deutlich größer die ränder sind auch deutlich größer drei schiffchen ihr lieben wir sehen uns morgen wieder bei türchen nummer 12 bis dahin